Herzlich willkommen hier im Heimatmuseum Reutlingen zu unserer neuen Wechselausstellung im Kinderzimmer Wurz Orange – Spielzeug der 1960er und 1970er Jahre. Vom 20. November bis zum 13. Februar 2022 geht es hier um Spielzeug aus meiner Kindheit und Jugend. Und wir haben hier eigentlich alles, was man im Kinderzimmer der Zeit hatte. Manche sind auch Dinge, die man sich sehr gewünscht hat. Hier zum Beispiel ein Piratenschiff, das nicht jeder meiner Freunde gehabt haben, wo man immer sehr neidisch war. Oder auch hier diese blau-weißen Gesellen, die in schönen orangefarbenen Setzkasten untergebracht sind. Dazu gibt es Unmengen von Gesellschaftsspielen, Puppenstuben, technisches Spielzeug, Spielzeug für drinnen und draußen. Alles, was man gesehen hat früher in den Kinderzimmern. Musik Untertitelung. BR 2018